Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Bestes Sommerwetter, es ist heiß und trocken. Ich finde das ganz super, nur meinen Gurken gefällt es nicht so gut. Die haben leider Mehltau bekommen. Echter Mehltau bildet sich auf den Oberseiten von den Gurkenblättern, dadurch kann man ihn auch unterscheiden von dem falschen Mehltau. Der erscheint nämlich auf der Unterseite der Gurkenblätter. Also wir haben so einen weißen Belag auf der Oberseite, verursacht durch einen Pilz, der sich gerne bei heißem, trockenem Wetter verbreitet. Die Blätter vertrocknen sehr schnell. Wenn alle Blätter von der Gurke vertrocknet sind, kann sie keine Photosynthese mehr betreiben, keine Früchte mehr bilden. Man sollte also auf jeden Fall etwas gegen Mehltau unternehmen. Die Chemiekeule muss man deswegen aber nicht gleich auspacken. Es gibt ein sehr gutes Hausmittel, das gegen Mehltau an Gurken gut hilft. Alles was ihr dafür braucht ist Magermilch, eine Sprühflasche und Regenwasser. Ich habe hier in die Flasche schon Magermilch reingefüllt bis hier hin und das Ganze fülle ich jetzt mit sechs bis neun Teilen Regenwasser auf. Und damit sprühe ich dann die Pflanze so ein bis zweimal in der Woche über einen Zeitraum von 14 Tagen ein und dann sollte der Mehltau Geschichte sein. Bevor ich die Gurken behandle, entferne ich die ganz stark befallenen Blätter. Die restlichen Blätter sprühe ich dann ordentlich mit meiner Milchmischung ein. Der einzige Nachteil von dieser Behandlung ist, dass es irgendwann mal so ein bisschen säuerlich nach Milch riecht. Aber dafür müsst ihr euch keine Gedanken um chemische Inhaltsstoffe machen und könnt eure Gurken ganz einfach essen. Das war es zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.